Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kino-Arts-Gleit. Letztes Mal habe ich mich leider nicht verabschiedet, da die Folge länger ging als gedacht. Sorry. Diesmal geht es weiter immer noch mit den Inseln. Sorry. Ich habe nicht gedacht, dass es zu lange dauert. Ich werde ehrlich. Ich hoffe, dass ich jetzt weiterfahre. Oh Mann, so ewig. Es ist vorbei. Dramatische Magie. Ah, ha ha. Ah, plant. Ah. Ah, ja. Ah. Ah. Ach. Hä? ok, hast du ja wo man dich auch nicht sehen konnte alter, wie viele Affen kommen denn hier ja, 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 ja ja, 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 ja ich bin ja gar nicht gegen den Wandlauf die sind ja an der Wand kleben das waren alle du musst mal eine Tour weg drüben nein, das ist ja noch ein Affen und so ja, das waren alle ja 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 komm 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 schlag um das teil ruf so, jetzt mal ... ... ... ... ... ... rektoren wie viele Arten es gibt hier auf dieser Insel Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja! Haben wir Sola? Ja, hab alle Pupp gemacht. Sehr schön. Gideons. 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 Achso. Das übersehen. Truhe. Das hat er genau gesprochen. Oh. Wow. Das ist mal ein großes, ein sehr großes, Lucky Emblem. Ich will runterfahren. Dann... Sehr schön. Sehr schön. Stabeln. Was? Sehr schön. Nichts. Vicky, der Schiff drüchig ist. Der Schiff drückt. 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 Was? Got him! Here we go! It's over. We are like a nerfix. The heart loss. Ehhhhhh... It's over. When I asked myself, did the focus actually go on the... ...the... 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 Oh my... so läuft es nicht auf mich gibt es da wenigstens eine große Schatz vor lieber so war es immer wieder an der einstieg vorbeihau was nur ja ja ich brauche ich habe nur schuhe ja schlecht aus nicht kurz bleiben das war ich glaube das war's schon hier wieder mehr erwartet jetzt gut ich bin schon schnell also dann war ich da schon mal das ist die Startinsel ja das ist die Startinsel dann ich jetzt zu den Insel da oben das ist die 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 einfach. Ich glaube wirklich, dass auf den hier und den hier nichts ist. Oh, anscheinend starten wir doch schon im Krieg rein. Egal. Ziehen wir es eben vor. Gucken wir uns die restlichen Inseln später an. Ah. Du wirst wissen, wie zu machen. Ja, man muss einfach marvel at your celerity. Aber so ein kompulsives behavior ist, in dem Moment, wird dir nichts, aber Sorrow bringen. Ah. Nehmen wir uns die restlichen Inseln später an. Ich habe ihn wieder verloren. Wie werden wir ihn nachher gehen? Erst mit den Händen. Genau. Big trade. Ja, bekommt das. Bis dahin. Decken auf das. Bo suprem. Ah! Fire! Take this! Nice! Get him! Oh god! Let's do this! We got him, Leo! Let's go! Hold on! Get him! Fire! Ah! Ah! Yeah, Dwender! Let's do this! Wawa! Get him! Hold on! Hear my call! Oh my! Oh, oh! 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 There's one! Yo! Fire! Fire! Take this! Take this! Oh my god! Oh my god! Hear my call! Oh! Oh! I'm good! Here we go! Fire! Fire! I'm good! Take this! Fire! Go! Alright! Hot up! Fire! I'll hear my call! I can't look! It burns! It burns down! Canons! Can't see! It is already gone! Can't see! Can't see! Yeah! Can't see! He is plotting to swipe the chest in the heat of battle, to shipwreck cove, fast. Hm. Wenn wir jetzt schon mal angefangen haben, komm. Ich bin ja auch zu kleinen Insel hier. Ich muss kurz auf die kleinen Insel hier. Was ist der Punkt? Alles weg. Alle Materialien abgeben. Neues Sammelsiel. Freundstein. Ich gebe dir das Item Freundstein. Freund Kristall. Freund Kristall. Duktid Tropfen. Duktid Stein. Zwillig Tropfen. Alles in Landen hinzugefügt. Foto. Oh. Okay. Später nochmal ein Foto machen. Neue Item. Item. Wie auch immer. Was ist der Punkt? Keine versteckse Shane. Glücksemblem etc. Angriff! Ja, eigentlich, wenn er noch anders kommt. Oh, das ist ein Schrip-brick. Guys, are you okay? Sora, you're a welcome sight. We've all been quite worried about you. Isn't that... Sora? Where's Jack? And Teodalma? I'm afraid you've missed a few things while you've been gone. Jack, he's... he's been taken by Cutler Beckett. Yes, and Beckett commands Davy Jones and the Flying Dutchman. Barbossa thought we could defeat them if we released Calypso, the goddess of the sea, who was really Teodalma, bound in human form. But it didn't work. Aye, a fickle goddess, Calypso B. So what now? Nothing. Our final hope has failed us. Use that key to free me, Sora. And you have my most certain promise. And the power under sea, you ever wish bar, be yours. So, Teodalma was Calypso, she's the one who was helping us. And you know what? I think that she might just be able to help us again. You can't give up now. Well, we can all fight. Together. The sea belongs to everyone. I said that. Don't copy my expressions. Huh? You did? Sometimes it just goes in one ear and right out the other. Wait, really? Yes! It's not over. There's still hope for us. You will listen to me. Listen! The brethren will still be looking here to us. To the Black Pearl to lead. And they will see free men and freedom! Our enemy will see the flash of our cannons and hear the ring of our swords and they will see the courage of our hearts as we succeed and they fail! Gentlemen! Hoist the colors! Hoist the colors! Hoist the colors! Hurrah! Do spoilers! Hoist the colors! à chaud Erik! Voices of the dragon Hoist the dragon Herald Oat K Jedi The dragon Oat K Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind hier! Tafel sind, Rangt. Wahrscheinlich nur noch ein paar Maggots, um mit meinem Krupp zu sein. Weißwilfe. Prost, Kumpi. Man sieht zwar nicht viel Spägel, aber Angriff. Keinen kommen, Baby-Jones. Man sieht zwar nicht aus, aber ja 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 Ich habe das gut gemacht. Ach so nein. Ich bin eigentlich nicht so sicher. wie wir ja 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 Ich mach das einfach nur die ganze Zeit wieder los. Und schick. Oh. Oh, ich kriege mich. Schick. Ich kriege die Reise. Die Schreie. Hand es über. Jack. Steig. Out of this boy. Und schick. Ach. 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 Oh! Oh! Aradona! Ihr seht no mercy von mir! Das ist warum ich das bringe! Mister! Hast du vergessen? Ich bin ein Wettbewerb! Ich bin ein Wettbewerb! Liebe! Ein Wettbewerb! Und zwar, so schnell gesagt! Das ist nicht wahr! Ich habe noch viel zu lernen über Liebe, aber ich weiß, was es bedeutet, dass ich mein Herz mit anderen mitgebracht habe. Und es wird mehr, als du, um ein Wettbewerb zu lösen. Was ist ein Wettbewerb wie du, über das Herz? Ein Wettbewerb hat viel mehr von der Welt, als du. Was ist das? Was ist das? Das ist das, Wettbewerb! Williame Tanner! Was ihr zufrieden? Was ihr zählt, dass ihr zufrieden? Das ist das? die Frau, die Frau, wenn sie zufrieden sind? Die Frau, die Frau, die Frau, das ganze Zeit, das ist das, Petitonic, holding life and death in the palm of one's hand. You're a cruel man, Jack Sparrow. Cruel is a matter of perspective. Is it? Will! Will! Look at me! Look at me! You will not forestall my judgment! She's taking us down! Make quick or it's the locker for us all! Jack, can't we save him? Part of the ship, part of the crew. The Dutchman must have a captain. Elizabeth, say goodbye. No! No! I won't leave you! No! Thank goodness, Jack. The Armada's still out there. The Endeavor's coming up hard to starboard. And I think it's time we embrace that oldest and noblest of pirate traditions. Never actually been one for tradition. In we go! It's nothing personal, Jack. It's just good business. Ready on the guns! Pull canvas! Pull canvas! Pull canvas! Fire! 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 It's just... ...good business. So, als hätte sie verloren. Oh, die anderen holen schon ab. Oh. The Flying Dutchman must have a captain. Just where the now she and Captain Turner must live in different worlds. One day ashore, ten years at sea. It's a steep price. Will... Your chariot awakes, your highness. Mrs. Turner. That was a boss. Take care. Jack. Thank you. One day isn't enough time. There's always enough time for hearts to say what's true. Sora. You know better than anyone. It only takes a moment to connect you with your mates. With your hearties. Hmm. There's always enough time. And I'm going to find them. To be able to find out. I'm going to find out. And I'm going to find out. I'm going to find out. You're going to find out. Hey, what a shot. Iiii Karibik Schicksalsruder, das Schlüsselschwert mit Fokus auf Angriff, Formänderungen, Lufthoheit und Sturmflagge. Und mit dem Schlüsselschwert verabschiede ich mich. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Auf Wiedersehen und Ciao Ciao!